hallo und herzlich willkommen zurück zu sag boy epic adventure wir starten jetzt bei kapitel 3 kann man so sagen ich glaube ja das königreich kabland haben die auch sektore darin nein sie haben nur krabben die denn die die ansatz aber das sieht cool aus mit den dingern im wasser mit der wolle muss mal darauf achten dass ich mich nicht bewegen jetzt vor allen dingen wieso kann ich das nicht nehme ich kenne ja weil ich mich warte mal ja ich musste auch in den fenster sein sondern ich warte mal wollen wir jetzt die level machen oder wozu gleich das ist noch mal kurz gucken wie viele punkte ach so da sieben ja das reich glaube ich ja ich gucke noch mal ganz kurz aber ich glaube bei mir ist auch nichts unterteilen ja doch 350 ich könnte auch die zwei kleinen aber da ich jetzt schon fast wikinger ist er neu ja das königreich auch guck mal der koste war und ich muss auf aqua sparen aber der wikinger sieht geil aus mit seinem bart der eigentlich alles verdeckt und in tiefseeter wie ist er denn von hinten kann man den drehen ach so scheitert etwas an kannst du drehen ja der hat auch ein schwert aber das schwert sieht man eigentlich auch nicht wegen seinem bart aber ich finde den so cool ich glaube ich weißt du wenn du ein outfit kaufst ich war auf aqua aqua sieht doch hässlich aus also ich spar ja aus wie ariel die meerjungfrau mit schwanz du hast dir schon wieder was gekauft du sollst nicht immer so viel geld ausgeben habe ich hab mir nichts gekauft na komm da steht dass du beim stöbern bist aber ich bin mir jetzt zurück so das heißt wir machen machen erst die lampe oder machen erst mal erst aus hier erst den level das war ja nur so ein schnelles nein du hast ich will die lampe warte mal ich muss was mit unter wasser nehmen ist das denn fertig da ich nicht weiß wer das ist guck dir die mal an die vielleicht selber steht vielleicht selber irgendwas mit mit last of us oder so zu tun ja das könnte ja das mädchen vielleicht aber die sie viel älter aus als sektboy deswegen weiß ich ja in zwei monaten kommt raus endlich auf steam ein neuer kunde wie schön willkommen in bogovs treib und strandgut imperium nur der schönste plunder zu besten wucherpreisen was darf sein kaputte fernbedienungen rostige zube alte zahnbürsten du bist wegen wegs hier dieser schmierige langfinger hat nichts als ärger gemacht und sachen genommen ohne zu bezahlen und jetzt will er dem ozean die gezeigten klauen also gut das ist gegen alle meine regeln und sag's bitte nicht weiter aber du gefällst mir deshalb schenk ich dir was als kleine kostprobe ein schwingdings bums ja also auf geht's stöbern ich will auch ein du kriegst geil guck mal meine antenne guck mal meine antenne ach so ich nehme dich mal mit zum nächsten level kannst du das jetzt mal machen oder wie warte mal rt greifen rechts unten aua so und wenn du loslust dann fliegst du okay das ist cool ach das ist cool mach die mal kaputt nein du musst die jetzt kaputt machen ja du bist derjenige der festhält nicht ich oh die minions sind da hast du gehört aua du hängst mir im weg ich gehe mal ein bisschen ab ja schade ihn kann man nichts ich komme zurück oder da war doch so ein ding ja vorne aber warte mal wieso kommt man von hier oben nicht an dieses ding ich wollte nur hier unten gucken weil ich davon ausgegangen bin dass ich das nein nicht komm her wo ist es hallo ich stand gerade hier oben aua warum bin ich jetzt tot nein du bist nicht tot wo bist du ja ich war gerade hier oben und jetzt bin ich tot kann ich dich hier wiederholen nein ich warte mal ich komme zurück nee du musst du drüber springen ich kann doch hier runter oder ach ja wenn du den ewigen weg wieder zurücklaufen willst ja das ist ein straßsteinchen das war wie akrobat das war wie akrobat hast du das gesehen wenn du nicht im weg bist dann kann ich das auch ja man kommt doch ganz normal hoch was ist das denn hier nicht boah was machst du ach jedes mal muss der mich kaputt machen nein jetzt warte doch mal ach nee jetzt geh weg damit ich genug schwung hab man du hast genau gesehen dass ich das mache was denn was machst du denn bleib doch mal hier wieso ist der auf dich fixiert wenn ich der main account bin hallo na du arsch komm jetzt hier ich muss hier rüber ich muss hier rüber nein wieso komm ich da nicht hin hallo das ist ein böser das ist ja kein ding ne die kiste nehmen nicht da hingehen aua la 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 wo ist die kiste denn jetzt das ist eh nix boah komm ernsthaft hallo ich hab dich gerade gut gemacht blödmann oh hier oben ist echt nix wo ist das denn immer noch nicht ah pfff wir sind beide sind nicht richtig da da kommt man noch nicht mehr zurück ja da unten glaube ich schon oder aber da müssen wir zu zweit hier hin nein da kommst du nicht mehr zurück ist doch eine schräge wie willst du da rüber kommen kommst du ja nicht mehr da hin achso da ist nix ja geil wieso bist du jetzt runter gesprungen hallo warte mal wir müssen über warte mal über rechts müssen wir hoch also gehen wir jetzt erstmal links oder die kugel holen die kugel holen du oder ich warum sollte man auch eine antwort bekommen ja dann geh du doch man ey okay mehr äh wird das denn hier ähm gehst du jetzt erstmal nach rechts was machst du da hoch muss ich nicht jetzt habe ich den rhythmus nicht dringend gehabt aber eben direkt von meiner nase jetzt doch mal auf nicht 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 springen nicht springen dein ernst ach ja genau wieso ging das jetzt nicht weil das heißt zackgirl zackgirl du kannst mich mal ich hab nicht gedacht dass ich dich treffe numerist in der rum auch nie du hast zugeschaut und gelernt kleiner padawan vielleicht müssen wir das auf zeit machen wir wissen die liegen da drauf konnte ich sagen wir nicht das ist wieder zu ende ich bin ich jetzt gesprungen obwohl hier gestanden wo ist die kugel gibt die kugel her die kugel her hallo der will noch mehr haben ja aber mich soll er nicht kriegen ja aber irgendwas machen wir falsch ist der brauche immer noch welche und wir haben doch jetzt fast alle drei gemacht da kann man jetzt nicht erklären dass das zu wenig wir haben irgendwas irgendwas muss anders machen noch also wenn ihr eine lösung zu habt dann schreibt es mir gerne mal in die kommentare weil das wort mich jetzt ehrlich gesagt dass wir das nicht rausfinden aber wir können ja nichts mehr machen es kommt nichts mehr eigentlich müsste die doch ausstücken aber das waren jetzt zwei hunden wenn ich richtig mitgezählt habe ja und es kam keine dritte runde mit diesem chili dinge paprika chili ist glücklich gewesen also entweder jetzt verpackt oder wir sind wirklich zu langsam zu lange würden gar nicht sein wir haben die direkt gekreilt und da reingeworfen also ich habe auch nicht so gut wie alle da reingemacht glaube ich ich habe auch schon hier drum herum versucht mal zu schließen aber jetzt durch das frustriert jetzt hatte mal sind wir links schon bald neben von links gekommen sind von links gekommen ja genau hey spinnst du habe die gerettet nie dadurch wäre ich jetzt kaputt gegangen ich habe darauf gewartet dass der mich angreift wir müssen aber noch nach links lasst uns noch nicht nach rechts hat er sich noch getroffen du hast mich reingeschlagen in den stadt auf der anderen seite wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen hä da oben ist ein schwamm da kann ich da dran da kannst du dran springen und dran gehen tatsächlich ran nee warte mal eh war das hier direkt doch hier au wieso geht der da nicht rein wenn ich y drück oh ich hab's nicht ich hab's mitgenommen aber ich bin gestorben dabei ich weiß noch nie ob das dann zählt ja normalerweise schon meine ich meine zunge ist so lange meine zunge ist total das hätte man eigentlich beim musiklevel machen müssen mit dem tanzen das sieht aus als ob du das irgendwie verschluckt hast oder so das ist meine lange zunge wo ich die ganzen fliegen mit fangen kann und auch die game player wenn so zack das war jetzt nur das erste oder ja das waren schon 18 minuten nur ein das bonus level übrigens anscheinend gibt es diesen dings überall diesen komischen würfel glaube ich oder das ist ja so ein sonderteil ja immer beim ersten aber normalerweise muss man das glaube ich bekommen wenn einem level also ich würde sagen wir machen noch die kann 947 habe ich jetzt zeit gas zu geben kriegen warum boomerang wir müssen da oben was machen wie kannst du das noch mal ziehen warum geht das nicht wir müssen werfen oder da ist die zeit abgelaufen und lang noch ganz viele rum ja aber die kamen immer wieder ja aber ich wollte die dinge da ziehen scheiße ja also vielleicht hätten wir uns werfen können oder so ich weiß es nicht ich kann mir so hoch aber ich konnte sich greifen da soll man noch mal probieren das ist ja nicht lang das ist weg ach so wie ich es kommt immer nur zu bestimmten zweiten wieder ich dachte das kommt dann wieder und dann kann man das noch mal anklicken nein lass uns mal kurz gucken vielleicht noch ein paar punkte einsammeln was ist das jetzt ach nee ach nee das sind die strickritte prüfungen die strickritte prüfung was ist das denn nicht was wächst hier im ozertal kann man springen aber du wirst mehr träumarkugeln das ist ein anderer bereich ja scheiß auf die träumarkugeln guck dir die komischen quallen an ja ja gut kann ich ja wir können ja erst was entdecken das sieht cool aus hier aber man muss ja auch mal die umwelt so ein bisschen entdecken wenn man nicht genug zeit hat um eigentlich noch ein level zu machen aber genug zeit hat um hier mal ein bisschen durchzulaufen dann kann man sich ja schließlich auch mal da waren wir schon drin eben ja wenn ich wieder was neu ist das bimmelt so so warte mal vielleicht habe ich aber da brauchte ich habe es nicht auf das beste kunde 962 ich weiß immer noch nicht wer ich bin aber ich tippe trotzdem mal irgendwie ne aber tombrader soll das nicht sein oder noch mal nach macht das mal nach mach das mal nach macht das mal nach du hast nicht wirklich was gekauft nein beim nächsten mal geht es hier weiter du hast nicht wirklich was gekauft habe ich aber du wirst nie erfahren was ich gehen die schatz fähre rein wenn du mir nicht sagst war es machen wir noch eine folge dann machen wir hier ganz lange warum bist du gerade umgefallen ich habe überhaupt nicht gehauen ich habe dich ja auch getroffen wo ich bin abgelenkt ich habe eine mutter fliegen noch eine machen oder was soll wir werden dann diese folge erst mal beenden auch wenn der opa jetzt hier dazwischen gequatscht hat bei meiner abmoderation der opa epi ich habe mich voll besammelt jetzt so viele tote fliegen reste dran ja und aber klebeser war es jetzt überall weil du brauchst kein gel mehr für deine ahre guck mal ist das nicht ein schönes bild hier mit dem bild verabschieden wir uns genau das ist ein ganz tolles so ich möchte ich jetzt vom epi oder versucht den ja da ich versuche den kaputt zu machen indem ich ganz schnell weg bin und dann aber kommt er schon wieder ich bin der fliegende freut die fliegende zunge bist du meine zunge hängt runter das sieht irgendwie naja okay lassen wir mal so stehen wie war das mit dem frosch und den spanien alle sagen ich bin ein schwan dann zieht er seine hose aus und dann sagt sie mein lieber schwan okay mit diesem witz am ende der nicht ganz erklärt wurde aber ich glaube diesen sinn hat man verstanden und der flucht vom epi werde ich mich jetzt verabschieden und ja ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder und wie gesagt wenn ihr irgendwas darüber wisst wegen dem bonus level ob da vielleicht gerade aktuell ein bug drin ist oder sowas oder ob wir was anders hätten machen müssen weil ich schätze mal dass noch mal öfter welche in der art kommen dann schreibt es mir bitte in die kommentare weil das frustriert doch ganz schön wenn man alles richtig gut macht so wie jetzt beim letzten dran hier und ja einfach oder nichts bekommen oder es ist wirklich so schwer gemacht dass es dass wir es einfach zu ja zu viel verlust haben wir drin und dann aber nicht sagen wir haben ja fast fast nichts da bei dem ersten beim waren wir schlecht mit dem laser das war gut dann wusste ich auch nicht dass ich oben rausholen konnte und so ich bleibe jetzt ich stehe nicht bemüht steckt mir vor mir aus deine zunge in meine haare das ist mir egal na gut ja bis zur nächsten folge ciao 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 flach so